Sollen wir das Wiener fallen? Könnten wir. Wir haben uns 40 Jahre. Hm? Also wenn du nix vorher hast. Ne? Wie lange schaffst du noch? Bis 8 Uhr hast du gesagt. Genau. So, jetzt müssen wir den Kollegen wieder einfangen. Lops. Und ich jump jetzt einfach durch, gell? Da können wir uns keine Gefangenen machen. Oh nein, das gibt's doch nicht. Oh meine Güte. Oh, ich bin so schlecht im Spiel. Ich bin so schlecht. Wo bin ich denn heute noch? Ist egal. Renn dem weiter hinterher. Du schaffst es. Jawoll! Sehr gut. Und ich schweb irgendwo. Der alte Mann kann doch was. Lüß, genau. Ein Leben wär dir jetzt lieber kriegst du wahrscheinlich? Äh, ja. Ja. Kann man den nicht irgendwo tauschen? Von dem Ding haben wir so. Pilz oder? Ja, okay. Pilz, willst du mal rüber? Ja, den unteren Pilz, da können wir auch noch zeigen. Let's play! Wir zeigen uns alles geht. Genau, wir zeigen was geht. Das ist ein Let's play. Wie mache ich aus 13 Leben 3? So in der Art und ich betot. Jetzt machen wir halt fertig. Nicht unter dem stehen bleiben, weil... Ja, 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 ja. Das war jetzt so clever, das war's aber... Ich glaube, es ist egal. Ausgleich. Ich kann gar nicht. Halt, 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 halt! Let's sprint! Nein! Aber, Elegant, bis dorthin. Was war das für eine Mobbing-Aktion hier, halt? Warum spielst du nicht? Was soll ich denn machen, wenn ich geradeaus runterfliege? Du hast ja gesehen. Ja, was ich alles sehe. Dass ich dich aktiviere. Na, guck, dafür kriegst du das. Das ist phänomenal. Ja. Immer in A1000. Ja, bei uns hätten sich die Macher von dem Spiel nicht so viel Mühe mit der Landschaft geben gebrochen. Wir kriegen jetzt allzu viel davon mit. Naja, nicht wirklich. Aber... Ist ja nicht schlimm. Ich glaube, auf YouTube gibt's... Dass du immer weiterlässt. Zwei Millionen Let's Plays. Und ich glaube, ich bin ja der einzige. So, jetzt können wir raussuchen, ob wir runtergehen zum Minzmeer oder hoch, zum Eiswürfel. Du weißt doch, wie der einzige Winner bei uns unter Wasserlevels bei Mario sind voll kacke. Okay. Obwohl das gut nach Urlaub aussieht. Ja, das sieht noch ein bisschen nach Bahamas und Tinacola aus. Nehmen wir lang wahrscheinlich. Boah, das ist mir zu viel unter Wasser. Das ist mit Schlimmste ohne Kack. Das ist wie der Wassertempel bei Zelda. Wasser ist scheiße. Egal. Obwohl der Wassertempel ging bei Zelda. Oh, grüner auf da. Ja. Ich habe wohl ein bisschen nachdenken müssen. Was? Aber das ist coole. Das ist ganz cool hier. Ich finde die Gegend ganz geil. Nee, ich weiß nicht. Ich spiele sowas gern so mit ein bisschen Wasser und so. Ich bin immer dabei. Da vor allem kannst du ja auch hier unten lang. Bringt dir zwar nichts. Vor allem hier jetzt nicht mehr. Na, klasse. Du musst ja schwimmen dann, gell? Guck. Du warst doch der Megasprung. Warte mal. Ich glaube hier ist was drin. Ach so, was? Ja, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Jawoll. Halt, 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 halt. Mach das viel kaputt, mach das viel kaputt, mach das viel kaputt. Ja, du dicken, fräcknen Kugelfische mit ihrem Iroh. Frank Kugelfische. Ich muss mal wie die heißen, ja. Ich muss mal wie die heißen, ja. Chip, Chip, irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Sushi. Wir nennen sie jetzt Sushi. Oh, fuck. Ja. Ich wollte dich nicht durch die Rennen, oder sogar die HG auflösung, wie der Pizza nicht. HG? HG. 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 Das wäre jetzt kein Mensch Opfer, wenn ich nicht irritiert bin. Ja, dafür bin ich da, kein Problem. Oh. Komm mal her. Oh ja. Oh ja. Puh. Uiihihi, ding ding ding. Jawoll. Ja. Glück. Glück. Ja. Ja, danke, dass du ein Ziel bist und ich nur verreckt bin. Jetzt bin ich am Seil. Du hast noch eins. Oh, ein ganzes Leben. Ja, damit kannst du aufbauen, finde ich. So, dann gehen wir mal runter. So. Wie lange? Wir nehmen eine Stunde und zwölf Minuten auf. Also ist alles noch im Rahmen. Ich habe nachher die Arsch gerade wieder und darf den Scheißwitz zusammenschneiden. Das machst du doch gerne. Nehm den Pilz. Ja, du musst ihn auch nicht nehmen. Ja, ich hätte ihn schon ganz gerne. Das ist ein dicker für die Google Fische. Das ist auch bei Donkey Kong so ein Level, finde ich so. Das ist aber nicht gemacht mit dem Nicht-Defekt auf der Nutzung. Finde ich? Ja. Finde ich cool, gell? Ja, das ist halt alles jetzt ein bisschen. Und das ist technisch ein bisschen. Ja, technisch ist das Spiel auf jeden Fall nicht so schlecht. Aber was willst du bei Mario auch mehr machen? Kannst du ja jetzt nicht echte Menschen machen. Das würde ja dann das von Mario, das Ziel von Mario so ein bisschen verfehlen. Auf jeden Fall. Man kann schon viel, viel mehr machen. Also ich persönlich freue mich so ein bisschen auf so was wie Mario Kart und so jetzt seit demnächst rauskommt. Ja, der kommt von der ersten und auch in den Ausdruck, gell? Mario Kart, das weiß ich nicht. Wäre geil, wenn es selber ist, weil dann hat uns vielleicht dieselben Server wie bei Smash. Ja, das glaube ich. Und dann könntest du vielleicht gegeneinander zocken. Okay. Aber ich verstehe nicht, weil ich so Mario-Spiel zu programmieren, ist bestimmt nicht so schwer. Du hast einen Hintergrund rein und du hast dann dementsprechend den Vordergrund. Aber mehr ist er da ja auch nicht, ne? Jetzt zumindest bei dem hier, das ist scheiße. Aber die Ideen, den Einfallsrechten von den Levels haben wir schon was einfallen lassen. Ja, das muss ich haben, das muss ich haben. Ganz doofsinnig. Shit. Sich mit Kugelfischen anlegen, die riesige gelb-orange Mustafeln noch ein Rücken, damit doch mehr nochmal. Doch, eigentlich schon. Machst du das daheim nicht? Oh nein, nein. Doch. Sollte man mindestens einmal gemacht haben in seinem Leben. Ich mag einfach keine Unterwasserraten. Machen wir schon das genommen? Na, guck dir doch den Blödsinn an. Komm, auf 5 Meter. Vorsicht, die rennen dir hinterher, die Kleinen. Weiter, weiter, weiter. Ja, die würde ich nicht messen. Halt, halt. Aktiviere mich. Jetzt geh durch, Alter. Das sind Scham und Probleme. Jawohl. Egal, renn weg von denen. Du bist ja eh jetzt gleich, genau. So, und jetzt rennen, weil jetzt kriegen wir wieder da Leben. 1, 2, 3. Jawohl. Das darf dann aber auch sein. Du kriegst dann auch immer 1. Du hast ja jetzt 2. Ich hätte aber gern 2. Dann ist da ein eigenes Problem. So. Pilze, du wirst gleich zum Gegner. Auf zum Gegner. Ja, was soll's. Na, ich soll jetzt heute gehen. Und dann kommt da Buchus Geister, weiß der Geier, frag. Dilemma im Turm. What the fuck. Ist das den im Hintergrund? Äh, ja. Da eigentlich schon nichts Gutes. Das sieht ein bisschen nach Ärger aus. Ja, ich bin unter Wasser. Na klar, das ist ein Wasser, oder? Nein. Und weiter. Und weiter. Oh, stopp. Hier kommen alle durch. Oh, fuck. Ne, ne, muss schon oben bleiben. Das wird nichts mehr. Aber da hätten wir rein können. Ah, in der Sankt. Ihr seht, hab ich's, aber es hat nicht mehr gereicht. Ist kein Problem, dass du das versagt hast. Ist okay? Ich kann damit leben. Es ist ein Computerspiel. Dorn und Säulen, genau. So sieht's das. Entschuldigung. Ich hab immer noch keinen Mute-Knopf für mein Mikrofon. Fuuuck. Konzentrier dich mal ein bisschen. Alter, ich nehm' heute schon wieder vier Stunden auf, ja. Da ist mir im Konzentrieren nicht mehr so weit. Warten. Warten, 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 warten. Ich hätt' gewartet. Ich seh' nix. Du zeig'n' da kommt man durch. Da kommt man durch. Da, ne, warte. Ah, du musst, eh, hab's kapiert. Ja, du musst hier durch. Warte mal, komm mal damit nicht, oder? Ne, ne. Komm mal wieder an das Gauding. Warte, warte, ich geh' von oben durch. Warte, ich geh' von oben, lasst du, wir sind doch durch. Warte, du musst. Der Weg ist doch egal. Super, der Weg ist das Ziel. Nein, bei dem Spiel nicht. Ne, du musst mir die Blume nicht übrig lassen, du hast ja schon. Nachverfluchten Abends. Oh, jetzt bist du gesprungen, du hättest gespringen dürfen. Ah, das habe ich nicht gesehen. Ja, aber ist nicht schlimm. Also, ich habe schon gemerkt, dass er kommt. Oh, du bist null. Was? Verdammt. Ja, jetzt muss ich halt kurz nachher alles reißen und dann ist wieder gut. Hier haben wir den Mittelpunkt. Dann aggier ich mal den Skill. So. Jetzt hier in deine YouTube-Fans dein Versagen. Singleplayer-Let's-Play. Hallo und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum, zu einem weiteren von meinen Let's Plays. Ja, ich bin heute alleine hier. Wie ihr das schön sehen könnt. So. Eine unverbrochene Let's. Oh, ist richtig. Oh nein, da ist ja noch mal eins. Ich habe gedacht, da kommt noch mal eins. Hallo, liebes YouTube-Universum. Das war ein Let's Plays. Das Wort zum Level schwer. So, und jetzt können wir theoretisch aktivieren. Also, ich bin so, ne? So. Oh, Gott sei Dank sind wir dann hier, ähm, beim Mittelpunkt rauskommen und nämlich hier irgendwie jetzt woanders, weil das wäre ein bisschen schütternd. Ich habe ja ganz viel. Ja, klappt da. Oh, was ist denn jetzt los? Ja. Extra-Erläufe, einen Pack. Ach, verdammt. Die gibt's ja auch noch. Ach, wahrscheinlich habe ich gerade ein Leben für dich, Colt, während dem Spiel noch. Das kann sein. Ja. Das kann 100 Münzen haben oder so. Also, du hast schon mal einen Extra-Erläufe braucht. Ich nicht. Aber, ich habe ja noch acht Leben. Mir geht's gut. Mir, hört so. Hier, nimm das Ding. Oder nimm's nicht. So, spring einfach weiter. So. Steh, bleib mal am Bösch. Das mittlere, da passiert nichts. Oh, oh. Und ich sag noch, beim mittleren passiert nichts. Oh, leider, das krieg ich nie rausgeschnitten. Oh, Mann. Kannst du kurz bitte draußen deine Zähne bei der Wutze, das wär super. Das wär echt schön. Dankeschön. Ich hab gedacht, du spiel es. Mach doch auch. Oh, Leute. Mach doch jetzt schierig. Völlig ungenie. Nein, wir haben das Mikrofon. Oh, ja. Was kannst du eigentlich? Ja, das war lächelig. Ja, egal. Ich hab mir. Ihr habt mit Leben. Echt? Ja, klar. Es sind drei. Die reichen fürs Spielfall. Bestimmt. Hab ja erst zehn gebraucht. Bestimmt, denn es ist 15. Mehr. Halt, die harte. Halt, die harte. Er hat noch mal so stark. Er ist cool unterwegs. Ja, ja. Ja, was glaubt ihr, warum wir das Ding hier in der Mitte stehen haben? Oh, Geist oder wie sind wir noch nicht schlecht? Schwierig. Ja, geil. Da kann ich aber auch voll viel dafür. Ich glaube, wir müssen... Ja, da müssen wir. Warte, warte, warte. Warte, geh rein. Cool. Geht nicht. Geht nicht? Nope. Boah, Alter, ist das zehn? Ja, Mann, ich bin hier gerade aufstürzig. Aber wenn das klappt, will keiner. Äh, wir müssen da eh wieder zurück, oder? Oder können wir da irgendwie weiter? Können wir weiter? Nicht gut. Na? Da hat er eigentlich mit der Zunge geguckt. Das wäre ein bisschen Zahnbürste. Abge... Oh nein, du auch. Wo ist es? Piranha? Egal. Ja, einer sollte ihn schon nehmen. Egal, komm, wir schaffen das. Wir müssen wahrscheinlich runter. Nein, wir müssen mal nicht. Nein, 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 nein. Wo müssen wir dann? So wissen wir nochmal. Ah, hier. Warte, 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 wenn du mich so schiebst. Ah, hier ist was in der Luft. Das ist super. Kacke. So was muss ich auch noch mal kommen. Jetzt kommst du wahrscheinlich rechts raus. Ne. Können wir hier? Ne, können wir nicht. Ah, das ist das Ende. Looper. Komm, wir gehen nochmal zurück. Und dann jumpen wir einfach durch. Okay. Soll ich vorne laufen? Gib mir das. Nicht ganz so elegant, aber das Ergebnis war fast leer. Ja, richtig. Ich habe dir wieder Leben spendiert. Du bist eigentlich so ein toller Mensch. Ja, ich weiß, danke schön. Das ist eine Bereicherung für mein Leben. Das auf jeden Fall. Jetzt hast du das Schiff auch noch kaputt gemacht. Klasse. Schön hast du noch. Ja, ist doch gar kein Problem. Mach ich gern. Ja. Dann machen wir hier eine kleine Aufnahmepause, würde ich mal sagen. Das haben wir aber echt lang genug aufgenommen. Zwei Stunden, 26 Minuten, bis das gerendert ist. Alter Schwede. Alter Finne, da baue ich wieder ein halbes Jahr. Und bis ich die Sachen rausgeschnitten habe. Ja, dann hast du was dazu auch. Dauert, dauert alles ein bisschen. Naja, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part dabei. Ob der René dabei sein wird, das kann ich euch diesmal nicht versprechen. Vielleicht nehme ich auch jemand anders dran. Je nach Zeit, Lust und Laune. Macht's gut. Bis dann. Haut rein. Ciao. Du kannst auch, ich auch tschüss sagen, ne? Tschüss.